Musik Dass der Winter im Norden von Norwegen sehr raushalten kann, wussten wir ja. Starke Winde und Wellen, die das Kajakfahren erschweren oder sogar unmöglich machen. Von den Temperaturen ganz abgesehen. Aber ich meine, der Winter hat auch seinen Reiz. Man sieht Nordlöchter und mit etwas Glück kann man auch August beobachten. Das war zumindest für uns der Grund, im Winter zu fahren. Musik Musik Die Urkarts ziehen Anfang des Jahres Richtung Süden. Und wir folgen Ihnen bis Norweg. Musik 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 Horkas konnte mir leider nicht entdecken, aber dafür die Schönheit des Hohen Nordens. Musik